Waren Sie wirklich Leichenwaschern in Schweden? Nein, ich nicht. Die sind die Generation vor mir. Ich habe in Deutschland gearbeitet. Die haben immer in den Ferien in Deutschland, Menschen und so weiter gearbeitet. Aber die in den 60er Jahren, die waren Leichenwaschern dort noch schwer verdient. Also Sie waren Wirtschaftsmigrant in Deutschland? Die gelten aber immer nur für zwei, drei Monate.